So, ihr wundert euch bestimmt, warum ich jetzt schon was aufnehme, warum jetzt überhaupt ein Video schon kommt. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich will hier Premium Plus erhalten und da ich erstens mal keinen Bock habe, Samstag zu warten und zweitens, ich am Samstag, dass ich nochmal Among Us bringen möchte, dachte ich mir einfach, kann ich doch einfach mal auch mal außer der Reihe im Video bringen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr am Samstag für Among Us, also ob ihr Among Us haben wollt. Und ich werde wahrscheinlich dazu auch wieder eine Abstimmung auf meinem Discord-Server machen, deswegen joint gerne am Discord-Server, der Link ist in der Videobeschreibung. Und ich labere eigentlich schon wieder viel zu lange, nämlich genau 40 Sekunden jetzt, also über 40 Sekunden, ich würde sagen, wir schauen jetzt mit dem Video. Hey, ho, meine lieben meine Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Kanal und heute machen wir mal eine Server-Verstellung und zwar vom Server-Bugs-Netzwerk. Die Domain dafür lautet play-bugs.de, ihr könnt gerne mal draufschauen. Und wir werden heute einfach mal so probieren, möglichst viele Spielminister spielen. Ich weiß nicht genau, ob man wirklich in jedem Spielmodi reinkommt, ich hole mir jetzt erstmal meine 3 Tage Premium ab, weil dann kann ich hoffentlich Join me machen. So, also auch eine sehr aktive Community-Training, werde ich mal ganz gut machen. Ähm, zack, MLG-Rush-Warteschlange. Eine Ewigkeit später. Gut, schade, da jetzt hier niemand war, dann gehe ich mal in Skyboss rein. Oh, das passt ja gerade. Moin, YouTube-XD. Let's go, jetzt zeige ich mal meine Skyboss-Skills-Kappa. Zack, dann nehme ich mir hier mal ganz kurz die Dinger. Ähm, zack, hier die tausche ich mal ganz kurz aus. Das nehme ich da hin. Und ansonsten haben wir das hier. Ja, gut, das habe ich auch schon. Zack, 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 zack. Ey, ich bin halt komplett kein Inventar-Sorting-Profi. Jetzt dann auf die YouTuber gehen. So. Bisschen Tools sammeln. Zack, zack. Komm, Blöcke nehmen wir ins Inventar. Zack, zack. Dann weiter. Let's go. Nice Enderpellen kann man immer gebrauchen. Protection Helmet kann man ebenfalls gebrauchen. Zack, let's go weiter. Und ich glaube, wir haben auch geil, wir haben einen Mitte-Looter. Das freut mich so komplett nicht. Und dann geht direkt in die nächste Runde rein. Ich hoffe, wir machen gerade eine Aufnahme. Ach, Digga, er will mich einfach high ground mit seiner Angel. Was willst du? Ah, noch ein bisschen höher. Perfekt. Hier wird halt auf diesem Server relativ viel geangelt. Ach, er teleportiert sich immer weg. Ja, komm. Healing Tränke, ganz geil. Fressi, fressi, auch ganz geil. Eisenwert habe ich schon. Fressi, fressi. Ich habe ihn. Oh mein Gott. Lol. GG. Einfach der Beste. Oh mein Gott, das war ein nice Hit. Ich würde den gerne nochmal im Replay sehen. Oh, der Mann ist, der war einfach der beste Maschallah. Komm, da geben wir jetzt keinen Boss rein. Und, let's go, wir sind in der zweiten Runde. Die Chests werden gelootert. Ne, da rüsselt weg. Hier hinten. Na geil, ich kann natürlich nichts farmen. Ah, toll. Okay, hier müssen wir hoch. Weißt du, dass der eine gestorben ist? Kann sein. Oh, nice, perfekt. Das nehme ich noch mit. Äh, Enderpeller ebenfalls. Und Blöcke, 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 Blöcke. So, ich glaube, es wird eine längere Runde. Zack. Oh. Da scheint mir irgendwie jemand Stress. Oh, komm. 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 gg und der zweite win dritte runde oh wie ist das geil was ich finde die maps eigentlich ganz geil ist das geil von denen ich weiß nicht ob die alle selber gebaut sind und ich sage ich ja auf jeden fall weiß das wahrscheinlich ein admin wird sich wahrscheinlich angucken könnt ihr mal in die kommentare schreiben ob die map von euch selbst gebaut ist ich finde es teilweise was mich hier ein bisschen abverkalt an diesem server also ein bisschen kritik jetzt ich finde es gibt teilweise zu viele bows spammer also das halt wirklich leute nichts anders machen als high ground und dann post wenn man etwas habe ich ich gehe ich gehe da lang schön lang brille jetzt geht es und teilweise bekommen auch ein bisschen wenig blöcke man muss halt sagen angel fackt ein bisschen ab von wenn man die so schneller machen kann weil es sind wirklich leute gibt die dann auch in die high ground und und runter zack ich sehe jetzt ein bisschen stuff das passt ja komm ich komme hier weiter ich hoffe mal dass er kein angler ist ich wollte schon fast wieder sagen boos wärmer aber also ich finde angel schön und gut hier macht auch teilweise ein bisschen spaß für gehe ich hier wirklich immer so machen aber das ist mein mei ist halt angel zu ja sollte kudern bekommen schuhe habe ich die schuhe also lust blöcke würde ich brauchen man ich würde gerne mit ihm ich würde gerne mitspielen schon direkt in die runde xp bottles und blöcke dankeschön auch diese leitern hier nerven mann so früh aufgesammelt wo bist du auch sehr viel in der mitte ich hoffe wir haben keinen caper ich kann eigentlich mal so ein video machen dinge die mich an skywars nerven also dabei kemper und sowas aber kemper facken mich halt schon hardcore ab aber ich weiß nicht wie die spiele mit kämpfern auf diesem server aussieht ob hier viele kemper sind keine ahnung dass er wahrscheinlich sogar gewinnen wird actually ja weil er eine angel hat ich habe keine enderpelle ich habe glaube ich keine nachbarn dann lassen wir uns erst mal gechillt angehen doch ich glaube ich glaube ich habe einen nachbarn gehabt aber egal ich hoffe der hat mir was in den chest ach safe also ich glaube der hat safe jetzt noch in den chest ja kuss danke fürs tnt und die ganzen stuff ja geil ich habe eine angel gefunden so dann einmal mal kurz alles anziehen zack 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 eisenschweid equippen und oh geil sonst habe ich keine rüstungsteile mehr angelequippen muss ja sein junge komm ich geh mal in die mitte zack 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 wurde mir vielleicht irgendwas übrig gelassen nein ich glaube nicht holster wurde mir übrig gelassen die die öppend hab ich ihn Ich glaube, ich habe ihn Nice Ach, und da haben wir einen Angelplayer Ach, danke Angelplayer heißt immer Stackduell Also halb Stackduell, aber ich habe ja auch einen Angel Also Mal halb so wild Irgendeiner muss herkommen Nice Ich habe ihn Jawohl, ich habe ihn GG Und damit habe ich die letzte Runde auch nochmal gewonnen Und ich würde sagen Wenn es euch gefallen hat, dann lasst euch ein Like da Ein Abo und aktiviert die Glocke Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder Und ciao Bis zum nächsten Mal